Was ist für mich am spannendsten, mit Karin Henkel abzuklopfen, warum jemand so wird? Und wie tief die Verletzungen liegen, dass jemand zu so einem brutalen Verführer oder zu so einem Spieler wird. Wie tief der getroffen ist und wie viel der nicht kennt an Gefühlen, die eine Mama, einem Kind oder ein Papa auch einem Kind beibringt. Mitgefühl, Liebe, Zärtlichkeit. Und er sagt von sich selber, er hat das nie kennengelernt, Liebe. Es wurde ihm immer verwehrt. Und diese Verletzungen und was daraus an überwältigender Wut und Zorn und ich kann das gar nicht beschreiben, für dieses Gefühl gibt es wahrscheinlich gar kein Wort. Was das aus ihm macht dann, das interessiert mich unglaublich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.